So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir diesen Traditional Draft Crimson Vow auch noch durchkriegen. Ich habe gerade das Seed Event aufgenommen, das habt ihr ja wahrscheinlich schon am Freitag gesehen und ich dachte mir, ach komm, produziert doch mal ein bisschen Crimson Vow Content und jetzt versuche ich mich hier an diesem Traditional Draft. Das wird auch mein erster richtiger Draft sein, denn beim Release oder beim Pre-Release oder beim Launch, wie auch immerhin das nennen wollte von Crimson Vow, ist ja einiges schiefgegangen. Dementsprechend hoffe ich jetzt einfach ein Draft durchziehen zu können und euch die Matches zeigen zu können. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal direkt rein und hoffe, dass sich das alles relativ schnell füllt und wir einfach direkt ein wundervolles Vampir-Deck draften können oder vielleicht ein Disturb-Deck. Es gibt ja doch einige schöne Archetypen hier und am liebsten würde ich eigentlich eine Bombe aufmachen oder einen Planeswalker. Mal gucken, ob das klappt. Oh, man sieht die Namen immer noch nicht, aber ich glaube, man kann draften. Ja, man kann draften, alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal Necro-Duality. Wenn wir ganz viele Zombies kriegen, dann wäre das natürlich tatsächlich eine starke Karte, aber da war ich mir nicht sicher, ob wir es versuchen sollen. Wir haben Dormant Grove. Die Karte mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Also zumindest theoretisch. In der Praxis habe ich es ja noch nicht mitgespielt. Blood Tithe Harvester wäre so die Karte, die mich am ehesten reizen würde, aber ist natürlich direkt zweifarbig. Ist egal, das Imprisonment ist ein guter Remover-Spell. Gift of Fangs ebenfalls auch. Der Lifelinker ist bestimmt auch nicht schlecht. Genauso ist... Ja, nee, das war es eigentlich schon. Ich glaube, ich versuche es aber einfach mal mit der Necro-Duality. Denn es ist so, Mythics, da hat man nicht oft die Möglichkeit, die zu testen. Und wenn ich sie First Pick, First Pack kriege, dann habe ich zumindest die Chance, ein schönes Zombie-Deck drum herum zu bauen. Ich weiß nicht, ob das in Crimson überhaupt funktioniert. Aber wir werden es einfach mal austesten. Wir sehen hier zumindest schon mal den Stitched Assistant. Der ist auch keine schlechte Karte. Wir haben hier auch noch einen anderen Zombie. Aber der Stitched Assistant ist einfach schon eine gute Zombie-Karte. Und... Also Zombies sind eigentlich so in Schwarz-Blau anzusiedeln. Wir sehen ja auch den Might Lead School. Also das passt ganz gut. Wir könnten hier... Die beste Karte im Pack ist vermutlich die Ballista-Watcher. Beziehungsweise, wenn man sehr, sehr stark in Schwarz-Weiß-Life-Gain ist, vielleicht schon der Mark of Purifier. Da ich jetzt aber wirklich die Necro-Duality mal bis zum letzten ausreizen möchte, würde ich hier schon einfach mal Zombies präferieren. Und dann nehme ich hier direkt mal den Stitched Assistant. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay, hier sehen wir eine Mischievous Cat-Geist. Den mag ich tatsächlich auch. Das ist leider kein Zombie. Das ist ein Bird-Horror. Da hätte man tatsächlich auch mal ein Bird-Zombie draus machen können. Das ist ein Zombie-Kraken. Das wäre eine Möglichkeit, den hier zu picken. Der bietet sich natürlich auch an mit der Necro-Duality. Mischievous Cat-Geist ist aber allerdings auch schönes Futter. Auf der anderen Seite... Ach, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach. Wir machen jetzt einfach volle Zombie-Möhre. Beste Karte im Pack ist definitiv Rending-Flame. Wir gehen volle Zombie-Möhre Necro-Duality. Und ich schau mal, ob das Ganze funktioniert. Hier haben wir einen Gutter-Skalker. Der ist ein Spirit. Und hier haben wir einen Skywarp-Scarp. Der ist natürlich ein Zombie. Ja, wir machen Full-Build-Around-Zombie-Gedöns. Auf geht's. Necro-Duality. Das ist ein guter Removal-Spell. Wir haben hier den Binding-Geist. Okay, jetzt müssen wir zum ersten Mal einen Nicht-Zombie nehmen, denn es ist kein Zombie drin. Zwischen Binding-Geist und Gift-Of-Fangs finde ich es relativ knapp. Dadurch, dass man vermutlich eine Menge exploiten will, kann man hier eine Karte nehmen, die vielleicht nochmal Value danach hat, etwas höher bewerten als Gift-Of-Fangs. Ich nehme mal den Binding-Geist. Also, der ist jetzt zwar kein Zombie, aber wir können Exploit nutzen, um den wegzuschmeißen. Und dann verliert man nicht direkt eine komplette Karte, sondern kriegt nochmal so eine Art Removal-Spell zurück. Ähm, außerdem, ja, das könnte eigentlich... Mal gucken, ob's funktioniert. Wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Ähm, ich will einfach nur jetzt zum ersten Mal Necro-Duality testen. Von Haus aus sieht die Karte sehr stark aus. Also, wenn wir die legen und danach einige Zombies legen, kann's so schlecht nicht sein. Äh, Cell of Entomba, der wird auf jeden Fall gut in unserem Deck sein. Wir wollen Kreaturen in Graveyard kriegen und die dann sozusagen exilen oder irgendwas damit machen. Also, der wird hier auf jeden Fall, glaube ich, etwas höher zu picken sein als der Binding-Geist. Wobei die beste Karte im Pack hier ganz klar der Distracting-Geist ist. Aber, der Plan steht. Sind wir mal bei Necro-Duality, bleiben wir bei Necro-Duality. Das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich geiles Artwork, finde ich. Ähm, wir haben bis jetzt alles Zombies eingesammelt, ne. Bis auf einen Spirit sind alles Zombies sonst. Mhm, es fehlt natürlich noch so ein bisschen an den, an den guten Exploit-Karten. Also, sowohl an den guten Exploit-Karten als auch dem guten Exploit-Futter. Aber, da können wir ja noch hinkommen. Ich denke, zumindest Booster 2 wird uns ziemlich entlohnen, denn wir haben ja schon die Zombie-Route relativ klar dicht gemacht. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Persistent Specimen zu nehmen. Der geeignet sich schon, gerade im, ähm, im Zombie-Deck. Auf der anderen Seite ist Sell-Off Entomba, glaube ich, ein bisschen, oder Entomba ein bisschen besser. Und so einen kriegen wir bestimmt nochmal. Ich nehme mal lieber nochmal den zweiten Entomba. A ist es ein Zombie und B, glaube ich, kriegen wir die andere Karte noch irgendwie. Das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass wir da dieses Persistent Specimen nochmal kriegen. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich, äh, dass ich diesen Stream nicht durchziehen konnte. Und ihr seht auch, es ist immer noch nicht alles wiederhergestellt. Ich bin mal gespannt, ob diejenigen, die relativ früh schon ihre Draft-Tokens geopfert haben, die dann irgendwie reimbursed kriegen. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Arbeit für die Leute. Noch ein Stitched Assistant. Der gefällt mir jetzt allerdings sehr, sehr gut. Rod Tide Gargantua auch nicht schlecht, aber den nehmen wir hier. Und jetzt hoffe ich auf ein bisschen Futter. Doom Dissenter. Perfekt. Wirklich perfekt. Ist ein Two-Drop und wird gerne reingesnackt. Also wird gerne irgendwie von einem Stitched Assistant gefuttert. Also passt hervorragend. Ähm, Vampire's Kiss, Alchemist Retriever. Ich nehme mal die blaue Karte. Bin relativ safe blau. Und ich nehme die einfach mal raus aus, ja, das ist einfach Colorgründen. Äh, also egal, das Imprisonment ist ziemlich gut noch. Auch der Sharpshooter ist ziemlich gut. Ähm, ich nehme mal hier das Imprisonment. Das kann man zur Not vielleicht sogar splashen. Also habe ich eigentlich keine große Lust drauf. Aber, okay, Serpentine Ambush aus Sicherheitsgründen. Und jetzt machen wir eine Spoiler-Rare-Mythic-Geiler-Ankammer auf. Buh. Hm. Ah, ja, das ist schon eine Spoiler-Rare-Mythic. Muss ich mich jetzt hier nochmal umentscheiden? Boah. Heilige... Was sind wir denn sonst für uns drin? Ja, ich meine, ich glaube, wir nehmen hier den Mana vom Hellkite. Das ist ein bisschen ärgerlich. Denn wir hätten durchaus ein paar gute rot-blaue Spells-Karten picken können. Ja, den nehmen wir mit. Dann spielen wir rot-blau Necro-Duality-Gedöns. Ich packe jetzt erstmal die beiden Karten hier weg. Ich denke mal, blau haben wir einigermaßen safe zugemacht. Da sollten wir ein bisschen noch von profitieren. Hier haben wir ein Repository-Scarp, der ist sicherlich nicht verkehrt. Ein Lampwood-Raconteur ist auch nicht verkehrt. Aber ich finde den Ticken besser, weil er ist auch ein Zombie. Und der holt uns halt Instant-Sorceries zurück. Also der passt halt zumindest sehr, sehr gut in diesen rot-blauen Archetypen rein. Also die andere Karte passt auch in den rot-blauen Archetypen rein. Aber die hier passt dann noch zur Necro-Duality. Okay, wir haben Chill of the Grave. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Skywarp-Scarp, also ist halt so die Frage, wie viele Exile-Karten wir dann schon spielen können noch. Lacerate Flash ist ein Remover-Spell, aber ein relativ schlechter Remover-Spell. Ähm, beste Karte im Pack, vermutlich Parasitic Grasp. Aber ich nehme jetzt hier mal das Chill of the Grave. Ähm, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir doch schwarz-blau Zombies spielen. Und das gefällt mir ganz gut. Direkt den ersten Draft, den ich hier aufnehme mit so einer... Dass das so ein sehr schwieriger Draft ist, das gefällt mir. Ähm, ja, hier ist nichts drin. Also wirklich nichts. Vielleicht nimmt man ein Cradle of Safety. Wing Portant ist nicht gut. Pyre-Spawn überzeugt mich auch nicht. Man kann natürlich auch in Wandering... Das ist ein Spirit, ne? Es wäre besser, wenn das ein Zombie wäre. Ich nehme mal Cradle hier. Hm. Tja, also irgendwie haben wir noch nicht so eine ganz klare Richtung. Oh, wow. Das ist aber ein später Bloodhide Harvester. Alchemist Retirial. Dreadlight Monstrosity. Oder eben der Ghoul. Gut, in Rot kommt jetzt nicht mehr so viel. Der Ghoul ist halt immerhin nochmal ein Zombie. Hm. Mh hm 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 hm. Ich nehm mal den Ghoul. Ich nehm mal den Ghoul. Ja, vielleicht haben wir auch einfach Mana vom Hellkite für die Sammlung genommen. Ich meine so ne... So mega gute Karten haben wir auch gar nicht verpasst. Also das war jetzt gar nicht so schlimm. Hier haben wir noch so einen Ghoul oder einen Belligerent Guest. In blau ist nichts mehr drin. Grizzly Ritual wäre eine andere Möglichkeit noch als Removal Spell, aber ich glaube, ich nehme mir einfach noch den. Jetzt sind wieder ein paar rote Karten drin, aber allerdings auch noch ein Doom Dissenter. Okay, alles klar. Wir haben Manaform Hellkite genommen, weil Manaform Hellkite Manaform Hellkite ist. Aber in Wirklichkeit spielen wir dann... Kann ich den denn sonst noch diskarten? Kann ich gar nicht, ne? Vielleicht nimmt man das trotzdem mal. Vielleicht findet man noch irgendwie einen Looter oder so. Ja, also ob das ein Deck ist, wird sich noch zeigen. Aber man kann es ja mal versuchen. Hier haben wir noch einen Mindless... Mindleach Ghoul, aber ich weiß nicht, ob der jetzt... Also wie viele man davon tatsächlich spielen kann. Ich nehme den jetzt noch mit. Wir können auf jeden Fall noch die Cradle of Safety spielen. Und wir können den Rodkite... Oh, ja. Den Rodtite Gargantua noch spielen. Den packen wir jetzt hier mal wieder rein. Ja, okay. Hier ist jetzt Rot wieder offen. Am Anfang des Sets ist es natürlich auch immer schwierig zu lesen, weil es, glaube ich, vielen Leuten so geht, dass man halt einfach so ein bisschen überfordert ist. Mir geht es ja auch so, ne? Was picken wir denn jetzt hier? Und ich glaube, dass dann da so die Drafts auch noch so ein bisschen erschwert werden dadurch, dass die Leute halt einfach auch ein bisschen mehr surfen. Das kann immer mal passieren. Da ist der Catgeist nochmal. Da ist jetzt auch die Persistent Specimen. Und sonst ist hier tatsächlich sehr, sehr wenig drin. Ich nehme mal den... Nehme ich den Catgeist? Oder nehme ich den... Oder nehme ich Lanternbearer? Fällt es dir einfach geiler? Lanternbearer ist schon eine gute Karte. Cradle of Safety haben wir schon eins. Persistent Specimen... Pfff... Ja... Den kann man auch ziemlich gut... Ich meine, die kann man beide ziemlich gut in den Set of Entomba schmeißen. Ich nehme mal hier den Lanternbearer. Da ist der extra Zug. Aber den will ich gar nicht haben. Binding Geist, Scattered Thoughts, Stitched Assistant. Ich glaube, ich nehme einfach den Stitched Assistant, ehrlich gesagt. Wir haben schon relativ viel, was wir einfach so snacken können. Dann nehmen wir auch noch den. Ich meine, das sind halt alles Cummins. Uns fehlen auch irgendwie Removal Spells und alles eigentlich. Aber... Create a Blood Token... Ich meine, das... Vielleicht nehme ich einfach mal so ein Grissy Ritual. Das wird nicht so gut sein im Draft, aber... Zumindest eins kann man wahrscheinlich spielen. Noch so ein Apparat? Ja klar, ich spiele auch noch einen. Ich habe das Gefühl, dass die sehr, sehr gut sind. Zumindest, wenn man ein Futter hat. Und wir haben jetzt noch nicht so eine unwahrscheinliche Kurve von... Doomed Dissenter into Stitched Assistant. Also... Das geht schon. Ich meine, noch so ein, zwei Karten, die man gerne sacrificen würde, wären halt ganz nett. Also wir wollen auf jeden Fall... Lanternbearer können wir gerne sacken. Doomed Dissenter können wir gerne sacken. Aber dann hört es auch so ein bisschen auf. Und wir haben ja schon einiges an Exploit. Also wir haben Rotite Gigantua, viermal den Stitched Apparat, zweimal den... Tja, Brine Combo wäre auch eine gute Sache gewesen. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir entweder den Skyward Scarab nehmen... ...oder ob wir den Rotite Gigantua nehmen. Und ich glaube, ich nehme den Rotite Gigantua an. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Edgar's Awakening spiele. Oh, das ist eine gute Karte hier. Cruel Witness ist leider kein Zombie, aber ich glaube, die nehmen... Gänen wir irgendwie live? Nee, ne? Nee, dann nehmen wir, glaube ich, den hier. Okay, Dreadfuge brauchen wir nicht. Binding Geist könnte man spielen. Dreadline Monstrosity gefällt mir wirklich nicht so gut. Ich nehme mal hier den zweiten Binding Geist. Ah ja, okay. Hier haben wir jetzt nochmal einen Doomed Dissenter und nochmal einen Persistent Specimen. Persistent Specimen ist etwas besser mit dem Sell of a Tombow. Aber... ...Doomed Dissenter ist, glaube ich, etwas besser mit dem... ...mit dem Stitch Assist. Ich glaube, ich nehme mir noch einen dritten. Doomed Assistant. Mhm, keep safe. Ist ein verrücktes Deck geworden, gefühlt. Counterspeg könnte man schon spielen. Andere Möglichkeit wäre Glatten ist Gäste, aber der passt so gar nicht in unser Deck rein. Nehmen wir mal lieber das hier. Und da ist noch so ein Wandering Spirit. Das könnte man tatsächlich spielen. Könnte auch sagen, man spielt einen Blood Fountain, weil wir einfach viele Kreaturen... Ich nehme mal so einen Blood Fountain mit. Und eine Ceremonial Knife. Und einen Shoe Strike. Und dann schauen wir mal, ob das Necro-Duality Experiment funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Edgar's Awakening nicht abschmeißen. Das heißt, es wäre nur ein Reanimate, richtig? Ich habe keine Möglichkeit, das zu discarden. Ich glaube, dann ist diese Karte einfach zu schlecht. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder einen Blood Fountain oder einen Grizzly Ritual oder einen Skywarp Scarp oder einen Cradle. Also, wenn wir die beiden spielen und das hier und den rausnehmen, dann würde es genau passen. Aber wir haben vier, fünf Trupps. Das könnte ein bisschen viel sein. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht schlecht, auch ein paar, sagen wir mal, hochimpactvolle Zombies zu haben. Denn wir können ja auch vier Necro-Duality legen und dann halt irgendwie sowas. Das hört sich für mich tatsächlich nicht schlecht an. Auf der anderen Seite ist es halt so ein bisschen die Frage, haben wir genug Futter für unsere ganzen Exploit-Karten? Aber da würde ich auch sagen, ja. Wir haben Exploit-Karten zwei, sechs, acht, neun. Was kann das Ding denn wiederholen? Wir spielen überhaupt Spells? Eins, zwei, drei Spells. Wir haben nur Kreaturen im Deck. Zwanzig, okay. Das spricht vielleicht doch dafür, irgendwie noch eine Kreatur zu cutten und dafür vielleicht einen so einzukutten. Und dafür vielleicht noch einen Counterspair reinzutun. Oder einen Permanent Bouncen. Return Target, Non-In-Permanent-View-Controller. Ich meine, wir haben ja auch relativ, mit Exploit hat man ja auch relativ viel, ich sag mal, Enter-The-Battle-Feed-Effekte. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich probiere die einmal mal aus. Wir spielen ja auch zum ersten Mal dieses Draft-Format schon mal eben kurz. Eins, sechs, sechs, zwei, vier ist okay. Nicht so viele Spells, tatsächlich nur vier Stück. Ja, es fehlt halt auf jeden Fall ein bisschen was an den Removal-Front. Aber gut, Rod-Tide-Gagant. Also ich meine, Spells sind gar nicht so wichtig, weil ja teilweise unsere Exploit-Karten Spells sind. Also hier Discard, hier Drawer-Kart, hier Sacrifice. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt haben wir drei gute Targets für den Repository-Scarp. Ich denke, das sollte reichen. Man kann auch überlegen, ob man noch eine Kreatur cuttet. Aber ich, vielleicht könnte man so einen Entomber-Karten... Ne, ich will, lass uns einfach mal so. Und dann schauen wir mal, wie der erste Draft-Crimson-Vause funktioniert. Bis gleich. So, Runde 1 gegen Sad Weep. Wir dürfen anfangen, sehr schön. Und wir haben theoretisch diese Kurve, von der ich gesprochen habe, auf der Hand. Aber irgendwie ein bisschen wenig Länder. Also ich nehme mal einen Mulligen. Jetzt haben wir die absolut nicht auf der Hand. Aber ist okay. Ich lege mal hier sowas weg. Und hoffe einfach mal von oben auf ein Stitch... Ne, Doomed Apprentice oder wie die Karte auch immer heißt. Okay. Der Gegner hat sich überlegt, direkt mal mit einer Rare anzufangen. Fair. Gut, die ist nicht ganz so schlimm. Also zumindest zu Beginn des Spiels ist sie nicht ganz so schlimm. Später sollte diese Karte mehrere 3-2er rauspumpen. Wird schon unangenehm. Was ist das? Ah, okay, klar. Natürlich. Turn 2, das Enchantment da drauf. Okay, wir haben... Wir müssten jetzt noch einen 5-Drop ziehen. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Es geht schon wieder los. Turn 1, den, Turn 2, das Enchantment... Was jedes Mal nur plus 1, 1... Ah. Und wir haben kein Removal. Das passt hervorragend. Okay. Ich glaube, ich greife an und exploite. Dann sichere ich mir damit halt den Land-Drop hoffentlich. Das kann runtergehen. Naja, habe ich mir doch nicht gesichert. Ich habe den 6-Drop noch gefunden. Sehr gut. Ja, Hand ist ein bisschen teuer. Nächste Runde. Wenn wir ein Land ziehen sollten, können wir Skywops gar abziehen. Der hilft uns erstmal ein bisschen. Aber wir kriegen halt schon super viel Schaden. Boah. Das ist echt ein sehr aggressives Deck. Ich meine, das Bloody Betrayal war halt echt so ein... War krass. Und wir ziehen kein Land. Und... Ah. Okay. Ich könnte tatsächlich einfach dem Menace-Typen hier mal minus 2, minus 0 geben. So muss ich das Beste, was ich tun kann. Und dann kann ich... Dann wird der vermutlich keinen Damage machen. Aber ich kann zumindest hier mit den... Entschuldigung? Are you kidding me? Ja, dann kein Land gezogen. Dann gehen wir mal in Game 2. Sehr aggressives Deck. Also das sollte im besten Fall eigentlich nicht funktionieren. Beziehungsweise gegen ein Deck, das so viel Stuff spielt. Zumindest nicht. Ich bin eigentlich mit der Gesamtkonfiguration nicht unglücklich. Kann überlegen, ob man ein Cradle of Safety spielt. Vielleicht für einen so einen Rod-Tide-Gagantua. Einfach damit wir nicht an so einem Blowout-Act-of-Treason-Effekt sterben. Jetzt fangen wir auf jeden Fall an. Vielleicht starten wir mit 7 Handkarten. Der Gegner... Vielleicht einen etwas gemäßigteren Draw. Ne, wir starten nicht mit 7 Handkarten. Bisschen schade, aber okay. Aber wir starten immerhin mit 6. Das ist doch gut. Und ich leg mal die weg. Glaube ich. Und da können wir mal gucken. Wenn wir jetzt Länder ziehen, dann haben wir immer ein Necro-Durality into Skywarps gehabt. Das muss doch geil sein, oder? Das ist doch der einzige Grund. Das ist doch der einzige Grund, warum wir dieses Deck ausgetestet haben. Aber da brauchen wir natürlich auch noch Länder für. Okay, der ist nicht so schlimm. Da ist blaue Land. Hervorragend. Ich passe mal den Turn. Und ich würde hier auch einen Schaden nehmen. Also ich will den Doom-Dissenter lieber als Futter haben für eine weitere Exploit-Kreatur. Als jetzt hier einen Schaden zu tanken. Das macht wenig Sinn. Okay. Mein Zug. Das ist nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Damit könnten wir jetzt vielleicht... Joa, das ist nicht so schlecht. Zweimal Repository-Scarp zu legen. Also Doom-Dissenter jetzt zu exploiten und dafür nichts zurückzuholen, macht wenig Sinn. Denn hätte man jetzt vielleicht... Wenn ich das gewusst hätte, dass ich den Scarp nachziehe, hätte ich vielleicht schon den Bounce auf eine Kreatur gespielt. Aber das wusste ich natürlich nicht. Nuturing Presence. Klare Geschichte. Wenn ich da irgendwann mal zukomme, dass ich Skywarp-Scarp lege, hat sich glaube ich auch die Aggression gelegt. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann machen wir doch das hier, oder? Ja, das finde ich gut. Ne, ich exploite zuerst. Dann sacrifice ich den. Dann kriege ich einen 2-2er. Das können wir theoretisch behalten sogar. Und dann exploite ich den. Und das behalten wir auch. Genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, das Game haben wir im Sack. Cassic Flame Breather. Ja, das ist okay. Mein Attack hat unser Gegner nicht. Wir könnten ihm jetzt das Teil hier bouncen sogar, theoretisch. Wenn nächste Runde spielen... Ja, den doppelblock ich auch, ohne Frage. Na, dann schaue ich erstmal, ob irgendwas passiert hier. Vielleicht hat er noch einen Ein-Mana-Trick oder so und dann machen wir den Bounce halt danach. Mhm. Piercing Light. Ähm. Dann kann ich mir die selber bouncen. Aber das ist nicht ganz so geil. Wenn das... Ne, ich glaube, ich muss tatsächlich... Äh... Cleave. Warenzen war das. Dennoch, also dieser... Die... Der Ansatz vom Gegner ist auch nicht so scheiße. Okay. Ähm. Wollen wir denn zwei Kreaturen exilen? Wahrscheinlich schon, ne? Mal ein bisschen. Ich meine, die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt ziehe ich ein Kärtchen. Okay, noch ein Land. Und jetzt erstmal wieder zwei 2-5-Blocker. Danach habe ich den Chill und kann theoretisch sowas umbringen und mir den mit dem Repository-Scarp wiederholen. Aber ich kann auch einfach verlieren. Die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht gut. Gegner hat sehr viele von diesen Pingern eingesammelt, die mich schon moderately nerven. Okay, ich greife mal mit den beiden an. Müssen auch mal ein bisschen irgendwie in die Pötte kommen. Dann... Äh... Chill ich das Teil. Ziehe noch ein Land. Boah, Alter, das ist echt crazy. Das sind ein bisschen viele Mulligans für... Äh, ein bisschen viele schlechte Draws für meinen Geschmack. Ähm, ja. Oder Necro-Duality ist einfach keine gute Karte. Auch das ist möglich. Mhm. Na, wenn da jetzt noch viele Incenten oder Sorceries sind, dann bin ich ganz schön genutzt. Gut, aber unser Attack ist ja jetzt auch nicht so scheiße, ne? Das ist, glaube ich, sogar relativ gut. Das ist auch ein Zombie. Der legt dann 2-1-3-er dahin. Die Karte würde ich mir erstmal auf der Hand behalten. Je nachdem, wie unser Gegner blockt. Kann es ja durchaus sein, a Braid. Okay, klar. Natürlich. Und dann nochmal 3 Damage. Ich würde mir interessieren, wie viele er davon hat. Okay, nimmt er einfach. Ja, klar. Macht ja auch total Sinn. Äh, vielleicht... Boah. Hm. Vielleicht weiß unser Gegner irgendwas, was ich nicht weiß. Bisschen das Gefühl, dass es arg random ist. Naja, klar. Natürlich. Wie soll das auch anders sein? Krass. Auf jeden Fall crazy. Na gut, dann werde ich den mal wegtan. Und dann bin ich aber trotzdem tot, ne? Ich block den. Es sind halt exakt 4. Ja, dann hätte ich vielleicht... Ja. Es sind exakt 4. Ich block den und dann nehme ich 4. Das ist krass. Hm. Okay, so stehen wir 0-1 mit Necro-Duality. Vielleicht ist es ein Song. Vielleicht lernen wir auch aus dem Draft, dass Necro-Duality nicht funktioniert, wenn wir ganz viele Zombies einsammeln. Hm. Egal. Wir schauen mal weiter, wie es in Match 2 aussehen wird. Bis gleich. Artemis GT 13. Play first. Auch das ist wahrscheinlich eine Hand, die ich... Also das ist die erste Hand, die ich glaube ich auf 7 halte. Hat natürlich auch wieder ein Fail-Potenzial, wenn wir kein zweites Blaues ziehen. Ja. Maybe Screw-A-Witness ist auch gar nicht so gut in unserem Deck. Aber wie gesagt, also im Anfang ist es glaube ich echt sinnvoll, einfach solche Mythics mal auszutesten, um dann ein für alle Mal zu entscheiden, ob die gut sind oder nicht. Weil sonst weiß man bis zum Ende des Formats nicht, wenn man die irgendwann mal aufmacht, sollte man die nehmen oder nicht. Und man lernt halt viele nützliche Informationen darüber. So, Gegner hat jetzt ein Mallegen gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt, glaube ich, festgestellt, dass diese Pinger bei Instant oder Source oder bei Non-Creature Speights gar nicht so schlecht sind. Vielleicht ist Catholic Flame Breather Aggro auch ein Deck. Da waren... Ich meine, die Draws von Gegner waren ziemlich gut gefühlt. Er hat seinen Mana immer jede Runde ausgenutzt und einfach völlig verrückte Sachen gemacht und drei Pingern gleichzeitig auf dem Board gehabt. Weiß halt nicht, wie viele Pinger man insgesamt hatte und ob das eher so ein überdurchschnittlicher Draw war. Aber dennoch auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir spielen gegen Rot-Grün. Das war ja im letzten Set nicht so der Burner, sag ich mal. Ceremonial Night. Okay, das ist in Ordnung. Und das schaffen wir leider einfach nicht. Ich werde hier trotzdem tatsächlich den stacken. Oder? Ich wollte halt schon... Ja, okay. Ich wollte ein blaues Land finden. Wahrscheinlich war es... Wahrscheinlich war es gar nicht mal optimal, das blaue Land zu... Also, den zu stacken, sondern einfach ein 3-2er da liegen zu haben. Auf der anderen Seite ist das halt schon Value. Okay, Gegner bleibt auf drei Ländern stehen. Ich zeige euch auf jeden Fall mal wieder absolut granatotastisches Magic. Mulligan, Mulligan, Screw. Sehr schön. Naja, was soll ich sagen, ne? Fällt dies doch einfach an der Uhrzeit. Oh, Crushing Canopy Main Deck. Interesting. Dann mal ballern. Und mehr Flieger legen, damit ich gegen mehr Crushing Canopies einschraube. Boah, das wäre schon witzig, wenn er jetzt die zweite kommt. Dann muss ich aber... Okay, der Gegner hat einfach kein Land gezogen. Okay, Rot-Grün Ceremonial Knife. Ich weiß leider einfach nicht genug über das Deck, um jetzt hier schon zu sideboarden. Wenn der Gegner vielleicht jetzt mal nicht auf drei Länder screwt, könnte man nochmal nachschauen, ob man vielleicht was anderes reinnehmen muss. Ich könnte mir aber hier vorstellen, dass der Gargantuan zum Beispiel ziemlich gut ist. Also dieser, der Kreaturen opfern lässt. Weil Rot-Grün ja vielleicht weniger dicke Fettis hat oder so. Oh, das ist auch eine schöne Hand. Eins, zwei, drei, maybe. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Sacrifice-Futter. Gefällt mir gut. Wir haben Turn 1. Okay, auch nicht schlecht. Jetzt kann man sogar darüber nachdenken, ob man den Entomba-Turn 2 legt. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man den... Ich glaube, dass wir Doom-Dissenter-Turn 2 legen. Oder legen wir den... Ne, wir legen Doom-Dissenter. Jetzt wäre es perfekt, auf drei unseren 3-2er zu ziehen, der... Oh, Gegner bleibt schon wieder auf zwei Ländern. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja super dumm. Warum mache ich mir denn hier die Mühe und nimm mitten in der Nacht ein Video auf, wenn wir einfach keine Spiele zusammen kriegen? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, wobei, wir haben immerhin jetzt gesehen, dass unser Gegner auch schwarz ist. Vielleicht hat er auch gerade einfach nur Farbprobleme gehabt. Oder jetzt Farbprobleme. Weiß man natürlich nicht. Hat Infestation-Explosion. Okay, Junt. Jetzt ist alles da. Jetzt kann sich unser Gegner wahrscheinlich nicht mehr beschweren. Mal schauen, was denn jetzt bei Junt rausgekommen wird. Der kann aber nicht blocken, ne? Ist gut für uns, oder? Kann der blocken? Ne, aber der macht Blood-Tokens. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir machen halt Blood. Er macht Blood-Tokens und wir machen relativ viel Blood. Wir könnten gleich eine Kreatur abschmeißen und vielleicht Rod-Tide-Gagantuin spielen. Wenn der Gegner... Jo, das macht Sinn. Kriegt ein Blood-Token. Also, wenn wir kein Land ziehen, dann können wir... Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich den Skarp mal abschmeiße, in der Hoffnung, in Land zu ziehen. Gargantuin. Sacrificed wahrscheinlich den Spore-Crawler. Was aber völlig okay für uns ist. Weil, also dann machen wir jetzt nochmal 5 Damage. Und wir kriegen dann 2-2er und unser Board ist halt insane groß. Man kann auch den 4-Bearer sacken, weil der eh nicht blocken kann. Das wäre also auch... Das ist schon eine valide Option. Zumal man den auch für Blood-Tokens sich zurückholen kann. Ja, das ist wahrscheinlich einfach besser gewesen. Okay, gebe ich dir recht, Gegner. Touché. Und dann wird hier geblockt. Das macht Sinn. Gegnern im 3 geht auf 9. Unser Board ist aber relativ gut gerade schon. Hätte auch überlegen können, ob man den Lantern-Bearer sackt. Und dann nächste Runde der Gargantua Flying gibt. Das wäre zum Beispiel auch eine Option gewesen. Ich mag, dass diese Editionen sehr viel Play geben. Also die Play-Tiefe ist relativ hoch durch die Mechaniken. Okay, das muss man eigentlich gar nicht insensiv... Auch nicht schlecht. Ähm, es greift einfach alles an, oder? Ja. Es greift alles an und wir spielen eine Cruel Witness. Ich glaube, der Gegner muss hier schon jumpen, weil wenn er den blockt, sind es genau 9. Gegner muss Rot-Hide Gargantua jumpen. Das ist auf jeden Fall nicht da, wo man sein will. Die andere Möglichkeit, die besteht, ist tatsächlich jetzt Lantern-Bearer zu sacken für eine Karte und dann gleich gegebenenfalls eine Kreatur Flying geben. Was ich gar nicht so schlecht finde. Weil man hätte auch einen 3-3-Flieger legen können, aber... Ähm... Ja, ist wahrscheinlich gut genug einfach. Gegner ist auf 3, wir haben 1000 Power und die eine Kreatur vom Gegner kann nicht blocken. Okay. Ich meine, Spock Crawler ist keine schlechte Magic-Karte. Aber es wird vermutlich nicht reichen. Ja, sieht unser Gegner genauso, oder unsere Gegnerin. Dann steht es 1-1, relativ schnell, ne? Mach mal ein Turbo ran, würde ich sagen. Gibt es jetzt doch einfach noch das finale Match. Und ich hoffe, dass wir mit der Necro-Duality wenigstens ein 2-1 rausholen können. Bis gleich. So. Runde 3. Wir fangen nicht an, aber das gibt uns die Chance, eine schlechtere Hand zu halten. Jo, das ist doch gut. Das ist doch wirklich gut. Kippen wir mal. Jetzt brauchen wir noch 1 Swamp. Dann sind wir zumindest mana-technisch schon relativ gut aufgestellt. Auch nicht schlecht. Mal gucken, wie gut dieser Mind-Leach-Ghul ist. Also, weil so richtig überzeugen tut er mich nicht. Als 2-Drop will man den ja eigentlich häufig auf 2 legen, aber dann auch wieder nicht, weil vielleicht kriegt man die letzte Kahn-Karte noch vom Gegner. Gegen Rot-Weiß. Also, das ist stark. Hätte ich mal den Ghul gelegt. Hätte ich mir ein paar Lebenspunkte auf jeden Fall gespart. Okay, noch ein Land. Jetzt ist wirklich genug da. Ich würde hier blocken, glaube ich. Wenn ich die Chance bekomme, glaube ich, block ich die Combatanz hier. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich die Chance bekommen. Dazu wird sich zu oft die Karte angeguckt. Und jetzt einfach ein Removal draufgespielt. Nö, dann ist okay. Vielleicht gibt es einen Trick. Adamant Will oder sowas. Könnte gut sein. Plus 2, plus 2 ein Instructible. Aber das wäre auch in Ordnung, weil dann tauschen wir halt immer noch okay ab. Denn... A Piercing Light. Okay. Oh, come on. Oh, come on. Gut, hier ist vielleicht dieser... Jetzt vielleicht unser Ghul gar nicht so schlecht. Jep, wir exploiten. Ich muss natürlich erst den Ghul spielen. Gucken, was der GNA-X abgibt. Das war es ein Land. Okay. Und dann spielen wir natürlich das schnell aus dem Graveyard raus. Denn ansonsten wird es gleich geexilt. Was ein bisschen schade ist, tatsächlich, ist, dass die Rod Tide Gargantua nicht so mega gut mit Enchantment Removal synergiert. Aber ist okay. Die ist gut, die Karte. Einfach ein 2,5er gelegt. Gegner kann... Ich greife auf jeden Fall mal mit beidem an. Sollte der Gegner blocken, habe ich die Chancen, 2,5er zu legen und eine Karte zu ziehen. Weil jetzt gerade... Okay, also nicht, aber... Dann ist die Gargantua möglicherweise besser. Achso, die kann ich aber nicht spielen. Okay, das macht es ein bisschen schwieriger. Dann spielen wir doch einfach tatsächlich die Quill Witness. Ich wäre auch bereit, hier zu traden. Also sollte der Minister hier pumpen und dann würde ich hier traden. Ohne Probleme. Weil wenn der Gegner sich dann nochmal austappt und die 2 Mana eben nicht übrig hat zum Exilen, dann könnte ich mir mit dem Scarp eine Karte ziehen. Ich glaube, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Okay. Ich greife einfach mal mit allem an und lege dann vermutlich ein Scarp. Sollte dann auch ein Removal sein. Könnte man, wie gesagt, das gleiche machen wie gerade. Wobei ein Removal wahrscheinlich günstig genug ist, damit hier noch eine Karte geexiled werden kann. Alle greifen an. El Clasico. Okay. Oh gut, ich meine immer 7 nehmen kann der Gegner auch nicht. Der ist nur so okay gefühlt. Also wenn es so viel Incidental Graveyard Hate gibt, bin ich nicht sicher, ob ich einen 2-5er, der in 10% der Fälle mal eine Karte zieht, als Playable erachte. Also ich meine, wenn wir jetzt Necro-Duality hätten liegen, okay, aber ist leider nicht der Fall. Okay, crazy. Die Leute sind alle auch so ein bisschen on tilt, ne? Kann das noch irgendwie... Vielleicht liegt das auch noch am schlechten Launch oder so. Ich glaube, ich behalte es einfach erstmal so. So richtig viel vom gegnerischen Deck habe ich auch schon wieder nicht gesehen. Na ja. Oh nein. Ja, schade, dass es dann doch so zu Ende geht. Ich meine, es ist ein 2-1 am Ende geworden, aber es ist dann schade, dass der Gegner einfach direkt conceded hat. Aber Leute, so ist es halt. Das passiert mir auch. Das passiert mir in den Aufnahmen. Es ist mitten in der Nacht. Ich werde jetzt trotzdem dieses Video schneiden und hochladen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem zumindest ein ganz kleines bisschen Unterhaltung mitnehmen können mit dem Necro-Duality-Deck. Auch wenn wir es nur einmal gezogen haben, da war die Karte aber tatsächlich sehr gut. Also ich würde sie wohl nochmal ins Deck packen. Das war auf jeden Fall mal das erste Deck mit den Zombies. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Solaris. Denkt daran, hier auf den Abo-Knopf drücken, auf den Like-Knopf drücken und vielleicht schaut ihr in der Videobeschreibung auch nochmal an die Tierlist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.